willkommen zurück zu einer neuen folge pokémon snap wir sind hier in folge 16 unterwegs und alex ist am steuer alex was machen wir heute wir machen heute wie schon im pokémon report auch steht mit den zeichen weiter wir müssen ja alle pokémon zeichen sammeln drei haben wir bereits geholt und heute machen wir das vierte schauen uns aber erstmal den tipp dazu an also das haben wir das haben wir das bedeutet wir brauchen jetzt ich weiß gar nicht was soll das denn sein hier hast du schon von dem baum am ufer des flusses gehört er soll wie ein tragosso aussehen der baum am ufer des flusses niemand weiß wer ihn gepflanzt hat und nur wenige haben ihn je gesehen sehr rätselhaft okay das heißt ich hier zum fluss und fotografiere jeden baum vielleicht kann ich da auch noch ein paar gute pokémon bilder abgreifen mal sehen ich glaube viel geht da nicht mehr team hat das schon ziemlich gewütet mit der kamera aber ich probiere es noch mal muss brauchen wir noch ja genau außerdem kappel und kappel machen wir jetzt ach das war ja ganz schwach du musst nach oben halten ja hoffen dass er irgendwie rauskommt das ist besser da wo es auf der seite ist spring mal gucken da wird was bei gewesen sein so was liegt jetzt an muschers ja auch hier rechts hier ist noch das zeichen oder genau auf der rechten seite das zeichen nicht vergessen hier sieht das doch aus wie ein tag auch so seht ihr das ist irgendwie dieses pokémon hier mit dem rauchball abwerfen ich glaube ich muss mit der flöte spielen und dann kann ich sagt das zeichen krass das tanzt unterschiedlich zu den beiden mentodien nein 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 zählt ihr mistviecher kommt wieder raus ok egal weiter es kommen ja noch mehr muschers oder hier sind doch noch welche und dann kann ich noch mal saftkorn probieren auch das könnte richtig gut gewesen sein wenn das gut getroffen hat vielleicht ja aber das soll jetzt von der falschen seite oder vielleicht wenn ich vorbei bin nein lass mich vorbei schau doch ab schade so was gibt es hier jetzt noch ja schnell dahin kommt wir kriegen das noch es ist so schnell weg geflogen ist es noch eins da oder ich hab schon kommen kurz her willst du noch mal flitzer pikachu probieren ja klar kommt er jetzt? ne ich hab ihn noch nicht getroffen verdammt oh 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 schade umdrehen 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 den kriegen wir noch wo ist der bengel denn da toll das ist gar nicht mehr losgeflitzt ne ich dachte ich hätte es noch erwischt naja gut mal sehen Carpador, Muschas ich weiß nicht ob das was geworden ist ja ja ok ich schieße immer den ganzen Film voll so welcher ist der hier war doch später so ein spring da noch dabei hier so? ja ja den nehmen wir mal ne der ist glaube ich gut so von Giflo habe ich sieben bilder gemacht ich hab doch noch so eins im sprung gehabt oder hä? ne das will ich doch nicht zeigen entschuldigung wie nehm ich das zurück? also das ist nicht groß genug denke ich mal oder? ja ah wenn das mittig wäre aber das können wir doch vergessen ja aus das der hier ich weiß nicht von Safcon gibt es zwei Bilder ey welche denn? das ist super irgendwie funktioniert das mit dem Stick nach rechts nicht ja ja ich geb das mal ab vielleicht findet Professor eigentlich das ja witzig ja aus das wird wahrscheinlich das hier dann sein ne? ja so Muschas hier das ist das einzige was halbwegs groß ist glaube ich ähm da scheinen keine Poker zu sein ok ja dann probieren wir das hier mal aus würde ich sagen mal gucken so fehlt jetzt noch was? Cardboarder können wir vergessen oh Giflo muss ich noch abgeben ne? was ist denn davon gut? ich glaub das erste das hier? ja oder das? bisschen größer vielleicht ich glaub ich nehm mal das, da tanzt sie schon ok was war das? oh das Pokémon Zeichen ja nicht vergessen jetzt haben wir alles ne? ja damit gehen wir zu Professor Eich und holen uns die Demütigung ab na jetzt bin ich gespannt lass Bisasam besser sein als das von Timo bitte wahrscheinlich ist die Pose viel besser oh Gott so viel kleiner ist das doch jetzt gar nicht nein das ist immer noch schlechter knapp nein ich brauch mehr Bonus als du für die Bonus Bisasamse 170 komm schon gib mir 200 oder so 250 nein das reicht doch nicht das reicht doch nicht 10 Punkte 10 Punkte schlechter 10 Punkte schlechter es ist eindeutig schlechteres Bild also ganz klar hab ich vergleicht keine Diskussion das war klar na gut ok aber Giflo da will ich natürlich chancenlos überlegen guck dir mal diese Pokémon Pose aus äh an mhm gleich über 3000 geschafft sehr gut wunderbar das ist der Safgarten so die Größe ist ja wohl der Hammer ja ok das war ja auch mehr als Witz eingereicht Austausch ja weiß ich nicht könnten gleich gut sein haben wir da schon richtig gutes? ich glaube nicht oder? ja äh wow das ist viel besser als der letzte ja das ist eindeutig ganz klar ok jetzt kommen wieder die vernichtende Muschas aber besser als... wie viel müssen wir da haben? ich weiß nicht mehr keine Ahnung die sind gleich groß das ist beides kacke oh je hm das ist die gleiche Punktzahl gleich schlecht das ist so schlecht ja das ist beides kacke oh man oh neues Zeichen wahnsinn sehr gut enttäuschend hier naja eine neue Art ok willkommen zurück ja danke Professor Eich gut Timo du musst in der nächsten Folge dann mal wieder was reißen mach ich wir müssen über die 60.000 Punkte kommen über die 70.000 sagen wir sagen wir über die 70.000 sagen wir über die 70.000 sagen wir über die 70.000 also die die 170.000 schaffst du das? bestimmt paar neue Pokémon schaffst du bestimmt locker gut ich habe jetzt die Pokéflöte damit kann ich alles machen ich glaube die nächste Strecke ist ja Höhle und da warst du noch nicht mit der Pokéflöte da war ich noch nicht mit der Pokéflöte das heißt das kann klappen dass wir da schon die 170 knacken alles klar hauptsache das nächste Zeichen und ja das haben wir ja schon das habe ich ja sogar schon fotografiert gehabt stimmt ok dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dahin bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020